100% deutsche Schlager, Radio Paloma Hallo, herzlich willkommen. Wir sind mal wieder im Schlagerlift, heute mit Maximilian Arland. Hallo. So, wir werden jetzt einmal hier bei uns bei Radio Paloma einmal hoch und runter fahren. Und in der Zeit werde ich Maximilian Fragen stellen, die er muss da so schnell wie möglich beantworten. Bist du bereit? Okay, los geht das. Also, wenn du auf einer einsamen Insel wärst, welche drei Gegenstände würdest du mitnehmen? Ich würde mein Handy mitnehmen, ein Kopfkissen und ein Feuerzeug. In welcher Serie würdest du gerne mal mitspielen? In aller Freundschaft. Wer ist der coolste Kollege? Der coolste Kollege? Wow. Roland Kaiser. Wofür gibst du immer zu viel Geld aus? Für Essen. So, drücken wir einmal runter. Wir müssen leider runter. So, für Essen. Spinnen sind die besten Tiere der Welt, weil? Weil man damit Frauen unheimlich gut erschrecken kann. Ja, und dann sie in deine Arme treiben. Ja, genau. Wenn du was zu essen wärst, was wäre das? Ich wäre ein Rinder-Carpaccio. Wer ist dein größtes Vorbild? Udo Jürgens. Wer ist der coolste Schlagersender der Welt? Na, Radio Paloma natürlich, hallo. Radio Paloma natürlich. Sehr schön, das war's im Schlagerlift. Vielen Dank, Maximilian Arland. So, frisch geliftet. Brüsch geliftet. 100% Deutsche Schlager Halli, 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 Halli Paloma 06 Khat